Wer der Feuerwehrfili ist, willst du wissen? Ich natürlich. Okay. Melder bist du jetzt heute. Ui. Und das mit deiner Ausbildung. Richtigen Platz. Der richtige Mann am richtigen Ort. Melder. Du bist wirklich eine Hilfe für den Gruppenführer. Nicht nur so einer, der den Posten irgendwie füllt. Du hast es wirklich begriffen. Und du erkundest. Du kannst das mit den vier Phasen der Erkundung anfangen. Du bist mein Mann. Dich als Melder. Und der Gruppenführer kann sich entspannt zurücklegen und sagen, heute ist unser Tag. Heute läuft es. Geiler Typ. Machen wir weiter so. Echt.